Huch! Oh ne, bitte. Eppingen Schmittaufzüge, was kann ich für Sie tun? Einen Hamburger Royal mit Käse, einen Milchshake und eine mittlere Pommes, bitte. Frau Schneider, können Sie mal bitte mit dem Gemurmel aufhören? Stellen Sie sich doch mal vor, wenn das hier alle machen würden. Das wird natürlich nicht gehen. Alles so, blablabla, Flugticket, blablabla, blablabla, gute Reise. So, es gibt Faultier. Ich finde es auch erstaunlich gut. Stopp! Was denn? Stopp! Irgendwas ist ganz komisch. Hey! Ich habe einen Schlaganfall. Nein, nein, du hast keinen. Doch Ulle, kannst du bitte den Notruf rufen? Ich habe einen Schlaganfall. Warum sterbe ich Sie jetzt? Schhhh! Oder bin ich jetzt verrückt, weil ich mir sowas einbilde? Sie haben nur Angst, Frau Schneider. Sie haben Angst vor der Angst. Ich habe nie gedacht, dass du mal sowas bekommst. Das ist schrecklich. Ich habe so eine Angst. Ich verliere euch. Doch. Weißt du, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich eben einfach mal kurz und duschen. Scheiße! Ich muss mal wieder raus hier und... Aber ich kann doch nicht alleine sein. Doch, das kannst du, musst du einfach nur machen. Okay! Okay! Es reicht mir! Okay! Lass mich los! Hä? 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 Wir können ja einfach einen Tag lang glücklich sein und dann sofort wieder unglücklich. Dann nehmen wir uns nicht so viel vor. Okay. Tag ist ja auch nicht so lang. Dann essen Sie doch was. Sie sind ja eh so schlank. Mach ich. Ja? Haben Sie Keks? Ja, gern. Haben Sie Keks? Ja, gern. Haben Sie Keks?